ja herzlich willkommen zu diesem neuen video und heute geht es mal darum wie es hier auf diesem kanal weitergeht ausschluss vorbei und was kommt nun so ähnlich heißt der titel und sowas habe ich vor wenigen wochen erst einen neuen kanal eröffnet da soll es dann nur um ausschlüge gehen da nennt sich erlebnisfilms und soll auch vom niveau beziehungsweise vom filmerischen her etwas anders sein als wir die videos die hier bisher waren vom filmerischen und auch mehr informationen zu den jeweiligen ausflugszielen bieten genau diese videos sollen eben dann alle auf erlebnisfilms erscheinen die videos die hier bleiben oder sind bisher oder die jetzt noch da sind so sollte man vielleicht sagen die bleiben auch hier und auch alles was zu gambio gehört da wollte ich ja schon langen mal was neues bringen bleibt hier ja ich würde mich also bitten oder würde mich freuen wenn ihr euch mal den neuen kanal anschaut ein ab und da lasst und dann bis bald